Es gibt eine Sache in Warzone, die ist schwerer als alles andere, was ich jemals in Warzone gemacht habe. Die Nuke ist ein Witz dagegen. Der Camo Grinder ein absoluter Spaziergang. Und selbst die 30er Bombe ist absolutes Zuckerschlecken. Es geht in Warzone Rank und dort den Rang Kamesin zu erreichen. Denn neben Cheatern, Glitchern und einem absolut unstabilen Spiel, muss man dafür auch noch gut sein. Doch um das Ganze noch ein bisschen schwerer zu machen, habe ich mich dazu entschieden, den Stream anzumachen und erst wieder auszumachen, wenn ich den Rang Kamesin erreicht habe. Es kann Stunden dauern, es kann Tage dauern, es kann auch Wochen dauern. Doch wie lange es genau dauert, wirst du in diesem Video herausfinden. Ich bin drüber geflogen. Ich bin drüber geflogen einfach. Bro, ich bin einfach drüber geflogen. Wie ein absoluter Bot einfach. Ich bin down. Also, stay alive, stay alive. Ich glaube, da ist niemand gelandet. Kann das sein? Land mal unterhalb. Ja, deswegen können wir jetzt hier Regain, weil wir die Knossi sind oder was? Ja. Sofort die Drohne bitte anmachen. Sofort. Sofort. Aktivieren, aktivieren, nicht aktivieren. Oh, das ist schon auf mich. Ich habe eine Plattenbox, wenn ihr Bock habt. Ja, ich bin auch schon. Ich bin oben auf dem Dach. Ich werde hier... Wir sind bei mir oben. Wir sind bei mir oben und pushen mich. Ich versuche auch zu... Versucht jetzt von hinten, das müsstet ihr eigentlich easy hinkriegen. Komm mir, komm mir, komm zu. Nicky, komm zu dir. Ja, jetzt ist one shot down. Komm zu mir. Weiß nicht, wo der andere ist. Ich werde von hinten irgendwie... Oh. Ja, ich bin so down hier. Ich werde von allen Seiten hier gerade... Ja, Mann. Wie kann das sein? Das soll ich nicht. Ist da jetzt noch einer drin oder was? Ja. Er hat mich zippen hören. Das ist crazy. Oh, die sind ja hier alle noch. Oh. Die sind alle noch hier. Oh, die... Nee, Lodi ist nicht safe. Sind die da noch? Die sind da noch komplett. Ja, ja. Komplettes Team. Full Team sind da immer noch. Ja, ja, ja. Die sind auch am Lodi selber. Nee, die zippen sich. Die zippen sich. Die zippen sich. Die zippen sich, glaube ich, auf die andere Richtung. Da sind meine Waffen drin. Dann hole ich mir die. Hier rechts direkt am Fenster. Der ist hier. Ey, kommt jetzt zu dir, Stone. Na, na, na. Unten. Der ist links im Haus, glaube ich. Ja, der ist links weg. Komplett weg. Oh, der geht damit. Hab ich. Jetzt hab ich mein Messer verloren, ey. Seine... Ich kann... Ich hab zwei Stück. Ja, oder? Der ist links im Shop. Irgendwie maschiert das nicht? Oh ja, von oben. Das ist aber nicht wo. Ganz oben. Osterkauf. Oh mein Gott. Was? Das ist doch echt geil. Kann ich smoke sofort? Ich hab's richtig. Alter, das ist doch nicht normal. Ich hab halt keine Platten mehr. Das ist ein bisschen mein Problem. Der war 18 Stück. Der war 18 Stück. Wir haben eine richtig gute Posi. Ich hol mal einen Shop. Liegen meine Minen noch da? Wow, ich hab das Schneif. Ne, hier liegen keine Minen. Zum Turm. Zum Turm. Die kriegen keine Minen mehr. Ne, ne. Die haben die kaputt gemacht. Fretzi, maybe. Äh, der Fretzi. Ah, die sind genau unter uns auf jeden Fall. Haben wir nicht recht die ganze Zeit. Rechts, 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 rechts. Der läuft, der läuft, der läuft, der läuft. Der ist down. Was auf uns. Ich frage es mal wo. Oh, da rotieren welche von der anderen Seite rein. Guck mal da. Alter, ist da auch nochmal. Alter. Was ist das jetzt? Komm mal, klasse. Einfach rüber. Ich hab's doch anders drauf. Hier auf. Nein, hier. Ja. Hä? Was ist das? Was war das? Ein LSD-Tritt? Ja, haben wir den einen eigentlich. Reeve war ja aufm Schiff. Der hat die ganze Zeit nicht zu sehen. Ein Messer. Da ist noch einer. Ey, ich brauch noch Geld. Dann gib mir Geld. Hier, hier. Guck mal, ob du Cluster holen kannst. Turn of Trunk. Ja, Cluster hab ich. Ich bin runtergefallen. Oh mein, komm, 70 hoch wieder. Ich bin runtergefallen. Ich hab wenigstens noch den Mörser draufgehauen. Ich bin einfach runtergesprungen. Wieso? Doom, bitte. Und das ist auch so ein arschiges To-D-Tilming, Alter. Ist das für... Alles gut, Adam. Oh, das war so dumm. Das war so dumm. Wie dumm kann man sein? Das war so dumm. Hinterherher. Hinterher. 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21. ja ich schlag die ganze zeit da ist noch einer in der ecke links ist auch noch einer zwei stück einer da und einer runter wo bei mir hier irgendwo wo der ist shit down fast von schott von schott von schott von schott bei mir ja der ist hier unten wo willst du bist du jetzt ganz oben neues team kommt glaube ich hier ist da und hier unten die sind rübergegeben so viele gegner hier hier unten ist wir müssen jetzt hier irgendwie was machen ich nehme ballon ich sagte ehrlich und ich gehe hierher jungs bitte gammelt einfach nur keiner hier drin jetzt und es gammeln leute drin also die gammeln da überall ich mach mal hier den zwei flieger ins wasser das ist unmöglich gerade diese runde wirklich das ist unmöglich 65 meter in ja was guck mal du siehst schon wie viele leichen hier rumliegen diesen geilen alter ja das ist jetzt dumm wir müssen jetzt hoch dann lass jetzt hoch lass hoch ins prison hier komm ich hab ne smoke da oben sind auch welche egal wo du jetzt hingehst das ist über rechts ich hab irgendwie also oben hier direkt über uns ist einer hier in dem oh hier direkt ich hab auch noch einen genockt hier bei mir ist noch einer hinten durch muss mir platten geben rechts ist relativ safe wir könnten jetzt die rotation nee wollen wir oben ins dings rein ins also hier in die in die dusche da können wir noch in die irgendwie sowas wir sind aber in der dusche unten gewesen ah da oben ist der hier drin lass hier lang lass hinten in die küche in die küche in die küche oh ne ne die küche küche ist küche ist lost hat einer von euch platten wenn du rotieren musst ist so dumm es ist wenn du rotieren naja aber dann müssen wir hoch dann müssen wir hoch hinten durch hinten durch er ist hochgegangen er ist hochgegangen ist abgehauen ich versuche die zu blenden wir können hier oben drinnen bleiben wir haben high ground relativen hinter mir hinter mir nein hat mich noch geholt hat mich noch geholt ich habe eine maske wenn die mich holen aber ich muss ja so schnell in die ecke noch schnell ich habe noch zwei smogs noch zwei smogs ich smoke uns hier und jetzt unten die sicherheitszone ist weit von eurer position oben oben auch noch runter moni moni ums moni oh hier 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 close da 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 nice 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 schön geholt hier hinter dir ich habe hier noch eine platten box bis jetzt wo sind die sind die diesen oben drin bestehen da ich hab' mir innate für die hat zwei unten 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 unter gak Der letzte oben, ganz oben, ganz oben auf dem Dach. Headglitch des Zorns. Let's fucking go! Let's fucking go, Junge! Junge! Du bist der King, Alter! Wo sind die Subs? Wo sind die Subs, Alter? Wie viel brauche ich noch? Ich muss bei 7500 sein. Also, wir sind wirklich nicht so weit davon entfernt. Chat. Born ready, würde man sagen. Born ready. Ich muss ja sagen, dieses Late-Landen finde ich gar nicht so schlimm manchmal. Ja, 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 ne, ne. Wenn da welche mitgehen, ist es eigentlich sogar besser. Ja, gehen jetzt welche mit. Boah, da kommen zwei Teams sogar. Äh, ne, eins, eins nur. Ich lande hinter denen. Einer ist down. Ja, ja. Ich hör den Rest irgendwo. Ah, ja, hier. Ist down. Einer kommt, glaube ich, hier bei mir an der Seite. Ja, hier bei mir an der Seite kommt einer. Oh. Der andere ist im Endeffekt genau unter mir. Der aeimt dich ab, Schuck. Pass auf. Junge, der aeimt gar nichts. Der ist hier am Fenster. Der ist, Junge, was aeimt, was aeimt? Hast du? Ja. Beide? Ist jetzt hier noch einer oder nicht mehr? Einer, einer noch über mir. Ja. Oh ja, hier bei mir. Ist alles ausgezielt, ausgeschaltet. Na, der dachte auch, wer Trapatoni. Gell? Äh, Giovanni! Giovanni! No, no! So, oder? Oder wie? Sinn. Ja, so. Trapatoni, Luigi, Maradona. Alle? Ja, alle. Oh, hier oben. Hier, hier, hier. Da. Boah, der hat so... Der ist so one shot. Ey, können wir mal gerade darüber reden, dass die MTZ Interceptor schon irgendwie auch am schallern ist? So ein bisschen zumindest. Ja, ich schwör, ich hab mir überlegt gehabt, die mal auf Close. Habe ich mir auch... Oh mein Gott, auf Close? Wieso auf Close? Ja, ohne, willst du doch. Die MTZ, dieser Einzelschuss MTZ, oder? Ja, ja. Ja, und was? Nein, ich hab mir... Wollen wir mal einen Lodi vielleicht holen, oder? Ja, manchmal ist die ich selber, wir haben kein Geld, du kleiner Lurich. Selber Lurich. Oh, hier vor uns! Auf dem Dach oben war der. Da! Einer noch. Drehst die hier drauf. Der andere ist abgehauen. Einer ist auf dem Wasserturm. Ja, das ist der, der ist down, der ist down, der ist down. Nein, nein, nein. Ich hab doch gesagt, dass der down ist. Warum hörst du denn nicht, Alter? Was ist denn los mit dir? Der wird glaube ich gerestet, der wird gerestet, der wird gerestet. Da! Warum kann man das nicht wallbangen, bitte? Das muss man wirklich jemand verstehen. Warum man das nicht wallbangen kann. Ist der da immer noch auf der Ecke? Oben, oben, top, 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 prison! One shot! Hab den Prezi! Nee, die sind nicht ganz oben, oder? Doch! Bei mir aber auch hier auf der Höhe. Oh mein Gott, ich bin down! Ich brauche Hilfe hier. Ich brauche eine Smoke. Könnt ihr mir eine Smoke werfen? Ja, 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 ja. Er ist one shot, der ist one shot, der ist one shot, der ist one shot, der ist so one shot. Naja, ich muss von rechts, von rechts. Alter, no way, man, Alter. Das ist echt ohne Witz. Es ist bot des Zorns einfach nur. Wirklich, ohne Witz. Ey, wer so eine Cambo spielt, da kriegst du ja... Da kriegst du ja... Du kannst ja nicht mal was sehen, wenn du schießt. Boah, Junge. Oh, oh, ich werde angeguckt. Oh mein Gott. Oh, außen auf, links außen. Oh. Willst du das hier zu machen? Hihihi. Ich klär mal hinten ab. Der Mieter. Ich hab hinten... Oh, hinten, hinten, hinten bei mir beim Ausgang. Ich werd gescheppert, Mann! Danke, Nick. Wieso werd ich gescheppert? Ich hab... Ich hab's gecallt, aber... Ich war gemutet, der ist one shot, Mann. Fick. Alter. Ich war gemutet, ich bin mit meinem Fuß auf diese Kack-Wix-Dinge gekommen. Das ist auch ein absoluter Bot, Mann. Ich bin selbst zum Campen, bin ich zu blöd, Alter. Ja. Die pushen jetzt zu zweit. Keiner noch. Nein, der kriegt irgendwie eine Kugel noch zurück. Er röss dich, er röss dich hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Ich bin so dumm, Alter. Ja, ey. Alles nix schuld, hier schon wieder. Smog, 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 Smog. Da, 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 da. Ich bin so dumm, Alter. Nein, hier oben. Hier oben. Oh, Mann. Oh, Mann, Alter. Das war ich. Völlig bewurstet, Alter, Bro. Ich hab ihn gecallt und ich... Ich bin in den Push hingegangen und ihr habt's nicht missbekommen, weil ich gemutet war. Das kann ich nicht. Das ist nix schuld. Nee, Mann. Jungs, das mal einmal Stronghold ausprobieren. Komm. Hört ihr mich? Mutes aus. Hört ihr mich? Ihr hört mich grad nicht, oder? Nein. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Wie dumm bin ich denn? Wunny, wunny, wunny. Wunny, wunny, wunny. 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 Ey, Nick. Bro, Alter, ich... Sorry, ich bin grad abgelenkt gewesen. Mann, ey. Überlebe, damit dein Trupp zurückkehrt. Ich sagte einmal, müde zu sein. Warum? Nein! Nein, das... Ich dachte, du wirst oben. Ich hatte gerade meinen Discord nicht offen und hab nicht gesehen, dass... Nein, ich hab die ganze Zeit gefragt, hört ihr mich? Hört ihr mich? Ja. Dein Ding, die Kasse hat einen Stacker, oder? Okay. Ja, schade neu, Bro. Wir vergessen's einfach. Seid ihr bereit jetzt für die ultimative Schlachtung? Natürlich nur online. Wie viel Plus hast du grad gemacht, oder? Hast du was Plus gemacht, Nick? Ich hab keinen Plus gemacht, Nick. Weil ich bin, glaub ich, Plus Minus Neu gewesen. Ja. Knock. Bing, bing. Oh, da ist so Oney! Oh mein Gott, wie viel Oney willst du sein? Er sagt einfach fünfmal, yo. Aber rein. Ganz unten? Ja, die sind unter mir. Die sind unter mir. Ich glaub, die dodgen das. Ah, hier außen. Oney, knock. Unter mir, der Letzte. Oney, nicht Oney. Ich hab' ihn. Ich hab' das geworfen, weil der eine ist oben aufs Dach gelandet. Oh, der ist hier oben. Oh! Er ist halt ganz, ganz oben, ne? Wollen wir ihn hochpushen? Er hat mich gestuckt. Pass auf. Das Termin ist so übel, wenn du Stuckst, ne? Ja, warum kann ich mit dem Brawl haben? Das ist so übel, weil du sofort durchfinischst. Das ist so crazy. Und dich keiner resten kann. Ey, das ist halt echt... Also wirklich, es gibt eigentlich, finde ich, für Ranked sollte... Also da gibt's nix, was man anderes spielen sollte. Wenn du da einen Stuck gibst, das ist crazy. Du kannst halt nix machen. Was willst du machen? Jetzt geht's wieder. Ganz ruhig. Kannst du das mal anpassen für das, was ich gerade eben gesagt habe? Ich glaube nicht. Toni! 2-4-2-2. Hinter uns noch! Oh mein Gott, wir sind beide tot. Und... Alter... Also... Also... Ja... Machen wir wieder Minus. Also... Wir müssen halt... Wir müssen in solchen Momenten aufpassen. Also... Du warst draußen. Wir waren drin. Und du bist nach oben gepusht. Also... Wir müssen... Wenn wir pushen, dann müssen wir... Wenn dann gleichzeitig pushen. Wenn wir sagen, da sind zwei, da sind zwei... Doch... Wir wussten ja nicht, dass die kommen. Nee, nee, ich meine, wir waren ja dort und dann... So, ich war ja draußen. Ich wollte einfach nur so weglaufen. Und dann... Wir kamen ja von rechts schon rein. Ja, aber du bist nach oben gepusht, oder nicht? Du bist doch da hochgegangen. An der Seite. Nee, nee, ich war oben. Als sie kamen, waren die... Ich hab ja gesagt, ey, Gegner, wir waren gepusht. So, weißt du? Also ich... Ich war ja oben schon. Ja, ja. Ja, generell. Wir sind so zersplittet insofern. Es gab zwei Probleme, mit denen ich zu Anfang der Challenge überhaupt nicht gerechnet habe. Zum einen haben wir mit der Challenge morgens angefangen. Und desto später es wird, desto schwitziger werden die Lobbys. Und dazu kommt noch, dass wir immer müder werden. Nach rund vier Stunden hatten wir dann ein absolutes Tief erreicht. Mehrere Minusrunden und super dumme Rotationen brachten uns dazu, ans Aufgeben zu denken. Als plötzlich Marcy im Chat spawnte. Ein absoluter Ranked Geek. Er half uns dabei unsere Strategie um 180 Grad zu drehen. Und um's auf das Wichtige zu fokussieren. Kills machen und richtig rotieren. Denn das machten wir in jeder Runde vollkommen falsch. Am besten landest du Stronghold oder Bioweapon. Fightest dann dort die Gegner, die mit dir gelandet sind. Und dann kaufst du dir so schnell wie möglich einen Loadout. Mit diesem Loadout begibst du dich dann zur besten Position auf ganz Rebirth Island. Das Prison-Dach. Denn von dort kannst du immer im Highground sein. Alles abgucken und Leute einfach nur farmen. Um ganz viele Kills zu machen, um so viel SR wie möglich zu farmen. Und dazu kommt, dass du immer aus dem Highground rotierst. Ein Tipp, der uns auch sehr viel gebracht hat, ist, dass du immer der Erste sein solltest, der rotiert. Denn zwingt dich die Zone ins Rotieren, ist das nie gut für dich. Also Marcy sagt, wir machen einen ganz entscheidenden Fehler aktuell. Hört ihr mir beide zu? Also Marcy sagt, es liegt daran, wir sollen mehr Kugeln treffen und mehr Leute töten. Also nur, dass ihr bescheiden wisst. Was sind denn bessere Rotation? Wir können ja jetzt gleich mal... Marcy, bist du selber am Zocken oder bist du gerade im Lurk oder zockst oder guckst du hier zu? Also das heißt jetzt, was willst du bei der Zone? Ist das denn überhaupt gut, immer Bio-Weapon zu landen? Lass mal Dings. Ich bin daneben gesprungen! Ich bin so ein Otto, Alter. Zweimal daneben. Er ist cracked. Oh mein Gott! Wann hab ich? Ach komm ey, deine Mom stinkt nach Lachs unten rum, Alter! Bei dir rein, bei dir! Tür, Tür bei mir links. One-Shot! Da kommt noch einer, da kommt noch einer! Mann! Die sind unten in dem Gang jetzt drin, ne? Geh mal Lodi. Smoke sofort danach. Wer auf eine Granate! Smoke euch nochmal. Die pushen da auch nicht um. Bei mir der andere hier oben. Let's throw! Let's zip! Der ist in dem Haus oder so. Ja, ja. Werd vom Schiff abgeaimt oder so. Mann, Junge! Ey, sorry, aber dieses Gesippe, ne? Das geht mir so auf den Sack, wenn man nachladen will, Alter. Ja, Junge, deshalb bin ich am Anfang weg. Ich auch, Alter, ne? Ich hab einen Nock, ich kann ihn nicht wünschen. So, was sollen wir jetzt machen, Sebi? Jetzt sind wir so ein bisschen in diesem Mitteltief so ein bisschen drinne. Weißt du, jetzt wissen wir nicht so ganz so. Jetzt pushen, pushen, pushen oder was? Macht man das dann immer so? Prison halt. Lass mal Prison hoch. Prison, 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 Prison. Ich mach Drohnen. Lass Pritsen. Lass Pritsen. Lass Pritsen. Lass Kemi lieber, oder? Lass Pritsen, Pritsen. Dann haben wir High Ground. Wir haben High Ground. Pritsen. 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 Nein, 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 nein. We can do Rotation. We can do Rotation. Let's rotate. Oh, 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 oh. Achtung, Achtung. Lassen. Lassen. Crack, crack, crack. Wir haben noch nie 3,10 Meter Beimarer bekommen. Guckt einer unten? Ich guck unten, ich guck unten. Lass nicht Nick gucken. Warum? Was machen wir jetzt, Marci? Was sollten wir jetzt tun? Einer ist über mir direkt. Ich glaub, der gehört aber nicht zu dem. Oh, der ist so knock. Der muss doch so knock gehen, der kleine Peugeot. Von links, 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 die Tür! Oh, der wollte mich kletten, die kleine Ratte. Oh, die sind da an dem Eingang. Ich bin hier hinten reingedrückt worden, leider. Einen habe ich knock, komplett durch knock. Einer down? Oh, nein, nein, nein. Der hat aber auch hits, der hat auch hits, der hat auch hits. Nein, du hast ihn nice, schön. Da ist noch einer damit. Das ist ein komplett anderes Team. Ein komplett anderes Team. Der Smoket jetzt rein. Flasht rein. Er steht direkt am Headlitch. Push, 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 geht drauf! Ich muss das auch machen. Buyback, buyback, buyback! Sehr stark haben wir uns gemacht. Nice, ja. Ich komme direkt Hot Drop zu euch. Ja, ja, ja. Hier reicht's aus, ne? Das sind die letzten Teams, die da fighten. Ja, ich hole Drohne schnell. Ich hole Drohne schnell. Wow, ich krieg von Elektro oder Chemik oder was. Ich hole eine Drohne schnell. Brauchst du noch mein Geld? Hier, du kannst noch mehr holen. Hier, hol noch mehr. Hol'n Brezi, Joe, hol'n Brezi. Hol'n Brezi. Hol'n Brezi. Hol'n Brezi. Hol'n Brezi. Hol'n Brezi. Kannst du da? Hier. Sicherheitszone auch. Wir müssen halt jetzt runter. Kann mir einer noch eine Smoke droppen? Hier, hier. Ich hab zwei Stück. Mach'n Brezi drauf geben, dass sie... Ja, ja. Warte, ich mach Drohne an. Na, die Rotation war jetzt, glaub' ich, Dogshit, oder? Wir haben Smokes. Ich mach klasse das. Wollen wir unten rein? Let's go. Unterwegs. Unten, unten oder wo? Unten, unten, unten. Unten, unten, unten. Guck mal außen, die außen. Hier, hier, hier. Der ist One-Shot. Oh, den hab' ich. Aus dem Markt. Den einen hab' ich auch, der hinten lang wollte. Achtung Brezi. Oh mein Gott. Ja, ganz außen ist eine Wicht, ja. Wir müssen halt hoch. Wir können hoch, ne? Wir müssen hoch. Wir können in den High-Ground pushen. Hier unten. Oh, hier ist einer noch. Den, äh, maybe. Push mal hoch, ja? Mach, mach, mach. Unter den besten fünf gelandet. Wo ist er? Der ist ganz oben, zweite Stock im Fenster. Oh, ja, ja, ich seh'n. Das letzte Team, das ist das letzte Team. Ganz oben auf dem Dach ist noch einer. Oh, ich werd' von unten von dem. Hinten läuft der andere lang. Hinten hab' ich. Ho, 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 ho. GG's da an der Stelle. Kurz. Ey, und? Könnten wir jetzt noch mal ganz kurz sagen, ob die Rotation auf Top Prison scheiße war? Könnt ihr noch mal ganz kurz ein Statement dazu bringen, bitte? Alles Dank hier, ja, Mann. Hey, Marcy, du musst jetzt mal eine halten. Das war wegen dir. Aber erzähl's mit der Keim. Ich tu jetzt einfach mal so. Ich tu jetzt einfach mal so, als wenn's meins gewesen ist, ja? Ja, ich weiß auch nicht. Ich kam irgendwie auf einmal auf die Idee. Ich dachte, Top Prison, wenn wir das machen, das ist doch total die gute Idee. Okay. Ey, danke, danke, Marcy. Ich hatte das irgendwie so im Gefühl. Ja, aber mit Marcy jetzt im Chat geht das. Glaubts mir. Okay. Okay. Let's go. 120 SR. Das ist eine Runde. Okay, auf. Eine gute. Oder zwei. Na, was er? Bei dir ist unten. Ja, die kommen, die kommen, die kommen. Einer ist down. Der Rest ist sicher down. Oh nein, ich dachte, du wärst da noch. Bist du abgehauen? Abgehauen? Wir wussten, wir wussten so wenig, ich dachte, wären wir bei uns. Lauf, 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 ich bin down. 6, 5. Ich weiß nicht, wo bei mir, hier irgendwo ist jemand. Einen down. Nein, ich hab heute geschlagen. Hier bei mir, komplettes Full Team. Haut ab. Oh Mann, ey. Da ist ein Full Team mit loadout. Haut ab. Die sind von hier gekommen, wollen wir da hin? Ja. Ah, ne, da ist auch ein Full Team, was da rüber pusht. Ja, ich fand bei Domey wieder. Aber da sind noch welche, ne? Egal, die werden geschebert jetzt. Echt? Äh, oberhalb, unterhalb vom Dings sind welche. Da werden wir abgeaimt. Da oben. Da ist einer. Da. Da ist One-Shot. Hat auch Hits. Der Push-Tur. Er hat Hits. Der oben bei dir, oder wo ist der? Ja, bei einem. Hier, der andere. Die pushen da, da unterhalb vom Turm. Die wurden, glaub ich, von hinten noch gepusht. Ich geh von rechts hoch. Da oben, sollen wir den zusammen lasern? Den lasern. Eins, zwei, drei. Nice, Bro. Abschluss bestätigt. Wir haben den Escortet. Okay. Oh, da ist aber komplett. Das kannst du, glaub ich, knicken. Ah, die kriegen grad Shots, die kriegen grad Shots. Oh. Nee, konnte ich jetzt nicht. Ja, ich krieg Shots. Aber die haben grad oben Stress mit einem anderen Team. Warte, die gucken jetzt runter? Die wissen, dass wir hier sind. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Wo bist du denn du? Lass mich rein. Ich hab ihn, ich hab ihn gestackt, Bro. Ich hab ihn mit der Termit gestackt. Termit ist einfach big, ey. Ohne Witz. Einer down. Oh, hier ist noch einer hier bei mir. Oh, da ist noch einer. Noch einer. Aber hau ab, hau ab, hau ab. Die sind beide anderen am safe racing. Oh, hier bei mir. Hier bei mir. Draußen. Draußen. Ja, auf der, auf der Dings, auf der. Nee, der kommt hinten rein. Ich werd von, von der. Von der Mitte vom Gang. Bin ich grad abgeämpft worden. Hier innen drin sind welche, Leute. Innen drin sind welche. Aber wir müssen jetzt move'n. Jetzt ist halt blöd. Wir müssen links lang eigentlich, ne? Ja, da war doch nur der eine, Joe. Da hast du links lang gespielt. Die sind abgesprungen. Oh, oh. Natürlich, man. Ohlischi. Oh mein Gott. Ich hab mich selber gekillt. Haha. Das ist Sack genug. Oh Mann ey. Oh mein Gott. Wir stehen kurz vor. Chill mal deine Base jetzt bitte. Könnt ihr mal aufhören aufzusteigen? Dann werden ja die Dings... Oh mein Gott. Wir sind 5. SR. Oh mein Gott. Nice. Bitte. Können wir gleich, wenn wir 5 SR Plus sind, einfach rausquitten? Ne, ne, ne. Marci, wir machen das jetzt. Mit deiner Rotation. Ohne Witz ey. Mit deinen Calls. Kriegen wir das hier hin. Chat, ihr kennt's. Für die, die es nicht wüssten. Es gab mal in Warzone Ranked ein Problem, dass wenn du Alt F4 gedrückt hast, dass du kein Minus SR gemacht hast. Das heißt, auf den höheren Ranks konnten die Leute halt einfach... Die haben halt im Endeffekt keinen Minus SR gemacht, weil sobald einer aus der Runde... Die da hinten haben schon einen Lodi, ne. Deine Mom ist meins. Deine Mom ist meins. Ja. Lesen wär schon nicht schlecht. Also richtig lesen. Aber wenigstens hast du ne Entschuldigung dann, ne. Ja. Let's go. Rotation to the prison. Jungs, nehm mal bitte. Auto. Ich hab auch noch nie mal jemanden im Auto gesehen. Kann wer hoch? Ja. KV mir Gegner. Oh ja. Oh der ist tot. Wo? Der Presse auf dir. Ui. Uiuiui bei mir bei mir bei mir. Push, 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 push. Oder smoke, smoke, smoke. Oh Leute, ich... Oh, die kam viel zu spät. Nein, du nicht. Lass da. Nein. Oh Alter, der hat mich einfach mal mit Boden loot. Sowas von aus dem Leben gescheppelt. Kann ich hoch? Kann ich hoch? Kann ich... Ich hab fast geschrauben nämlich. Ja, hier hat sich der Rest aber glaub ich. Da ist er. Ah, da ist meine DG. Ey geil, Alter. Ich hab meine Sachen wieder. Nice. Geil. Es sieht ja fast so aus, als wenn mir nichts passiert, oder? Ja. Aber nur fast. Nichts passiert. Was denn? Da, da, da. Haben wir eine Muni-Kiste? Oder eine Zombie-Kiste? Ja, ja. Da war eine Muni. Oh. Bewegung. Raust du? Ja. Vorne hier oben drauf. Digga. Ey, Mann, diese dreckigen Penner von irgendwo. Ja, Mann. Warum schieben wir? Oh. Oh, wow. Die kommen bei mir, Jungs. Ja, ja, die kommen. Das ist bestätigt. Wir haben den Rest geortet. Der kommt doch hoch, oder nicht? Oh, oben, 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 oben. Top Tower, Top Tower, Top Tower. Das Glas kommt. Der brennt, ja. Der brennt, der brennt. Der muss runter oder raus, da. Oh, der ist so, Wani. Ganz oben. Wani. Bitte, Jungs. Mach hierzu, ich hierzu. Sollen wir Top Tower gehen? Sollen wir da drüber pushen? Ja, 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 ja. Auf, lass drüber. Okay. Nein. Auf die Wani, Joe. Du kannst, äh, ich resen erstmal. Gar nichts. Dann lass hin pushen, lass hin pushen. Komm, 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 komm. Warte. Ich wollte mich denn da halten. Ich mach Klasse auf uns. Wir müssen runter. Oh, wir sind oben. Alles gut. Keine zweiten Chancen mehr. Oh, hier andere Seite. Alter. Guck mal ein Ding hier. Guck mal den, die Treffer an hier. Wir sind halt in der anderen, in dem anderen Haus. Ich hab nur noch Smoke. Wir sind halt wieder, wir sind in derselben Situation wie eben. Sollen wir dieses Mal die Rotation über rechts machen, oder? Nach der nächsten Zone würde ich sagen, oder? Weil dann sind die hier oben mit sich beschäftigt und wir machen die Rotation runter. Ja, ja, ja. Weiß nur nicht, ob da im Control Center jemand ist. Sollen wir die Rotation über Control Center machen? Ja. Ne, da geht gar keiner runter. Ah, fuck hat er geschafft. Aber es ist nur einer. Let's go, let's go, let's go. Lass machen. Ich smoke hier und dann gehen wir. Hallo. Oh, die sind oben auf dem Dach. Oh, die haben sich einen Shop oben hingeholt. Ne, hinten hingeholt. Die geht direkt daneben runter. Ich brauche noch ein bisschen Geld, gib mir noch Geld, 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 Geld. Wir brauchen noch mehr. Boah, ich hab noch. Da ist doch alles. Keine Idee, keines tun. Komm mit. Das war jetzt dumm, mein Muss, glaub ich. Außen? Habe ich? Da sind immer noch welche oben, ne? Wir müssen oben hoch ins Haus, ne? Wir müssen ins Haus. Ich hab keinen. Nein. Ich kann nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Ich kann nicht hoch. Ich komm nicht hoch. Ich komm diese wichsige Scheiße. Ich bin draußen, John. Ich hab keinen Wichs geholt. Nein, Scheiße. Unter den besten Könen. Holt euch den Segen. Kom mit. Ich hab dich geholt. Nein, nein, hier kam noch einer hoch. Verdammt. Kannst du mich nochmal holen? Oh, Mann. Das war so dumm. Ey, wieso komm ich da diese Scheiße, diese Scheißdinger nicht hoch, Alter. Jetzt geht es um Leben und Tod. GG's. Die sind beide oben auf dem Dach bei Grandmas. Beide auf dem Dach bei Grandmas. Beide mit Gasmasken an. Ey, GG's, Boys. Trotzdem, sehr, sehr schön. Zweiter Platz. Alter, hat gelangt. Hat so gelangt? Hat so gelangt? Ja, safe. Ich hatte schon 30, 35. Äh, jaja. Doch, doch. Es sollte ja gelangt haben, ja. Nice, Mann. GG an die Rucksäcke wird hier gestiegen. Was ist denn mit euch los? Was für Rucksäcke, Alter. Ich habe hier die Calls gegeben. Ich habe die Rotation gegeben gerade. Bitte. Stream erst aus, wenn es schillert. Da ist er. Kamisin. Jetzt werden die Runden richtig bodenlos oder was? Oder was passiert jetzt? Falls dir das Video gefallen hat, lass unbedingt eine positive Bewertung da. Lass auch unbedingt ein Like da. Wenn du mal live mit dabei sein willst, leist unbedingt auch ein Like auf Twitch da. Wir sehen uns im nächsten Video. Also macht's gut, schwingt den Hut und ich stehe auf euch. Das Dat ist schon mal.